Mahlzeit, Knochen wieder hier, ich möchte mich gleich am Anfang erstmal entschuldigen, ich habe meine Waschmaschine an, wahrscheinlich hört man sie im Hintergrund, denn ich habe eine ziemlich kleine Bude, 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 und ich bekomme morgen aber Besuch und er bleibt auch ein paar Tage und dann, okay, muss man die ganzen alten Loppen wieder waschen, das muss weg, also Entschuldigung erstmal schon mal dafür, ich fliege hier den B25 J1 Bomber, den B25 Mitchell, wir haben rundherum insgesamt 8 Maschinengewehre, 12,7 cm, jetzt alles ziemlich gut und insgesamt 3000 Kilo Bomben ausgestattet, also je 3000 Kilo Bomben, ich werde jetzt hier nicht irgendwie versuchen, um Sturz vorunter zu gehen, ich werde versuchen, das alles von hier oben zu treffen, ich überlege gerade, konzentriere mich jetzt auf Basen oder doch eher Bodeneinheiten wegzupallern, habe ich mich noch nicht entschieden, ehrlich gesagt, das sieht doch ein bisschen scheiße aus hier, ich muss auf jeden Fall auch darauf achten, ob hier wer auf mich zustürmt oder auch nicht, Obwohl, wenn keiner auf mich zustürmt, wenn keiner auf mich zustürmt, wäre es vollkommen egal, so viel dazu, trotzdem will ich eigentlich schon, ich würde gerne Bodeneinheiten wegballern, aber ehrlich gesagt, ist so ein bisschen knifflig hier, Gut, ich meine, ich könnte die Bunker wegknallen, Oh Gott, die IL, aber jemand anders geht schon auf die, hat die IL für mich weggeballert, besten Dank, mein Freund, So, die geht daneben, aber Vielleicht ist der Detonationsradius noch groß genug So, Mimmi, Mimmi, hilft die Mimmi beim gucken, oh, ich habe schon ein anderes Video heute, außer Sprachfehler gehabt, egal So, wie sieht es neben mir aus? Wow, P-40 Wollte ich sagen, sehen wir zu, dass wir zur anderen Basis kommen Wie, 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 was da ist Scheiße, wie andere Basis hat man, der Stützpunkt ist nicht weg, ernsthaft jetzt Da geht man davon aus, dass nur eine Bombe getroffen hat, Abschlusshilfe. Tatsächlich, es wird nur eine Bombe getroffen haben. Ich muss also drehen und irgendwie zusehen, dass ich eigentlich noch zu nah bin. Ein schönes Teil. Ich hatte letztens auch einen Nachtflug damit, also das war richtig toll, das war richtig toll. Aber gut, ich darf mich jetzt nicht auflenken lassen, dass ich hier so was. Radius ein bisschen verkürzen hier, aufziehen, in die Lage bringen, könnte klappen, da reicht eigentlich einer, aber das ist noch ein Bunker. Und da ist schon ein Kollege, der mich beschießt und abgeschossen hat. Faktrick der BF. Gut, raus aus dem Wrack. Eine Tonne TNT Schaden, habe ich doch gesagt, das hat nur eine Basis zerstört. 1,25 Tonnen. Die gehen nochmal rein, zwei Gutscheine habe ich noch. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Ich erinnere mich ein bisschen. Früher war die Bombe einfach krasser halt. Da war jede Bombe, fühlt sich besser als das jetzt ist. Wie hoch der fliegt der Wichser? Ich werde auf die andere Seite gehen. Das war blöd, weil die Basis da ist. Was ich eigentlich da auch hin müsste. Ja. Hat sich das auch schon mal erledigt mit der Basis? Wieso steht da, dass der mich gekillt hat? Der war das doch gar nicht. Ich weiß ganz genau, dass das BF 109 war. Wurde auch angezeigt. Ich habe nicht gesehen, dass da noch wer anders angezeigt wurde. Jetzt müsste ich also zusehen, dass ich zum Flugplatz irgendwie komme. Aber wahrscheinlich werde ich vorher sowieso über die Bodenanheiten fliegen hier. Baf. Da sieht man es auch erstmal. Das ist wirklich krasse Sache eigentlich. So, ich habe einen hinter mir. Oder über mir. Unter mir. Ich muss mir zusehen, dass ich hier wegkomme. Ich kann leider nicht um Hilfe fragen. Ich habe schon Treffer abbekommen. Jamala! Wurde eigentlich mehr bekommen, wenn ich hier... ...diese... ...die zwei da rein schnallen. Ein hier. Also sehr oft, wie die wirklich lange überleben. Obwohl sie komplett beschossen wurden. Ihren verdammten B-25 Bomben. Oh Mann. Der jagt mich jetzt die ganze Zeit. Der will mich wirklich wegknattern. Ganz klar. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie am Leben glaube. Aber ich muss eben kritischen Treffer reinhauen. Wie eben gerade geschehen. Weitere Treffer. Abschluss. Hilfe. Was auch immer das war. Wieso sind hier keine Leute von mir. Leute! Wo seid ihr? Kühlsystem beschädigt. Aber er fliegt noch. Das ist das Problem. Flugzeug zerstört! Da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. Mit meiner Bombenlast hier. Oh Gott. Interessieren sie sich noch für mich? Verschwinden gerade. Scheiße. Könnte doch sein, dass sie wieder auf mich aufschalten hier. Die Spitfire wird probieren auf jeden Fall. Ich werde die Bomben gleich abladen. Irgendwohin hier. Jetzt zu meinen Leuten. Vielleicht zu dem Kollegen da. Der fliegt zu mir. Der fliegt zu mir. Die Spitfire wird auch verfolgt. Hier ist noch einer. Ja. Mr. Black Yeti. Jetty. Jedi. Black Jedi. Aber jetzt wird es gleich ein bisschen laut. Meine Maschine wird schleudern. Aber komm hier. Schieß ihn. Schieß ihn ab, Mann. Schieß ihn. Oh Gott. Lebt mein Schütze noch? Eigentlich habe ich die gespielt, dass die einiges aushalten. Sollen. Scheiße, wenn... Wie soll ich denn so bitte fliegen? Echt jetzt? Wie? Wie soll ich so fliegen? Also ich kann mich jetzt hier noch so... Ich muss eigentlich ziemlich hoch bleiben. Denn ich werde die nicht mehr allzu gut steuern können hier. Aber ich werde jetzt einfach in die Leute rein fliegen können. Das Blöde ist natürlich, dass ich bei der Version keinen Schützen guten habe. Die Bomben brauche ich mir ja auch nicht aufheben. Denn... Eigentlich ist das ziemlich blöd. Weil so wird ja nie einer... Irgendwas treffen. Und ganz so blöd werden die Jungs auch nicht sein. Die werden sehen, dass ich hier... nicht mit dem Saft stehe. Scheiße, dass ich unten keine Kanzel habe, ey. Ich hätte ein anderes Modell fliegen sollen. Aber ist egal. So. Muss der Boat weiter. Das dachte ich mir. Als wäre ich ein Hellseher, der ich nicht bin. Aber ich wusste, dass genau das passieren wird. Und trotzdem wurde er vernichtet. Jemand hat sein Leben ausgelöscht. So gehört sich das. So. Schmeiß mich rein hier. Mooon. Ich habe noch zwei Bomben. Ich werde mal zu dem einsamen Wolfburger fliegen. Pitch Black Jetty. Hm. Ich werde trotzdem bei dem da... Zumal noch gleichermaßen... Ähm. Der ist ja gar nicht so einsam. Ich würde da noch Kollegen. Aber am nächsten Mal sind da noch... Äh... Verboten anhalten. Die könnte ich gleich mitnehmen. Bringt ja alles Geld. Nee. Ich bin jetzt mal eigentlich wie ein Sturzkampfform. Guck mal. Die sollten... Da hätten sich echt mal diese... Ber18, als ich... Die hätten sich echt mal diese... Ber'ke! muss dann brennt ab mann gut weg ist weg aber hier fliegt ja noch irgendein anderer rum diese verdammten bodeneinheiten die orientierung verloren war sowieso der entscheidende schlag fängt doch meine maschine an zu waschen zu schleudern alles klar noch eine runde weiter geht's so eigentlich wollte ich ein bisschen rabiater jetzt zu plöcke gehen aber das war bevor ich wusste welche karte kommt hier das ist natürlich hier nicht ganz unmöglich meine unten sind schiffe das weiß ich wenn ich jetzt zu tief runter gehe wenn ich würde viele punkte bekommen aber ich würde wahrscheinlich noch mehr punkte bekommen wenn ich mich einfach auf die basen konzentriere das blöde ist mit 3000 kilo ist man natürlich ein bisschen hinten an wenn es zum beispiel mit fliegen würde würde der natürlich mehr punkte bekommen weil er einfach insgesamt viel mehr schaden macht mit seinem bomber als ich jetzt aber ich würde trotzdem hier ich erstmal auf basen konzentrieren ich hoffe hier kommt erstmal niemand ich kann hier meine sache nur machen woanders und wir erstmal beschäftigte die dornierkunde geht runter noch einmal kollege der ist jetzt weg die schiffe das sind die schiffe verpasst verpasst egal also dieser karte gibt es zwei möglichkeiten die schiffe sind entweder da unten und stehen dort in der bucht oder sie fahren hinter der basis lang oder starten von der basis aus glaube ich und wir fahren dann halt unseren schiffen entgegen und versuchen halt da die kaputt zu machen wir haben schon eine basis verloren oder doch ich wollte gerade sagen die haben ja keine verloren das lohnt mich nicht hmmm firebrand schießt dies ab ähm p26a schießt das ab ok mal gucken wir gucken wie genau meine bomben reinfliegen und der letzten wird es knapp aber die wird auch noch reingehen 0,5 bombenschaden 0,5 was ist das denn wo sind denn die anderen hin 1,5 3,65 herrschkam 3,5 3,65 sie knallen unsere basen weg wie nix gutes das ist ja der wahnsinn jetzt kommt ja auch einer rüber ja wer würde sich aussuchen wahrscheinlich mich ja komm herr du kleine swans lutsche hab ich Pech hab denn auch er ist ja mal 20 mm oder so bewaffnet er hat das dachte ich mir oh gott ey wie die bombe einfach das letzte hier mittlerweile sind flugzeug zerstört dämlicher fixer wäre schön wenn die kugeln durch den monitor in seinem kopf gehen würden würde mich das mehr freuen aber egal jetzt muss man sich natürlich überlegen ein bomber der weniger bewaffnet ist als ich der ist doch noch viel beschissener dran der ist doch so beschissen dran das gibt es doch gar nicht der braucht eigentlich gar nicht fliegen mit seinem verkackten bomber ich würde interessieren was hat der für eine ladung P8er was hat der für eine ladung sind die schippe hier unten was hat der für eine ladung würde mich einfach mal interessieren weil der war im sturzflug und hat acht bomben komplett hopp geknallt da das kann natürlich auch möglich sein die schiffe sind auch noch da wird gern mal die basis zerstört okay jetzt weiß ich nicht welches von den schiffen ist überhaupt noch im takt auf jeden fall das äußerste so wie es gerade aussah so ich lass mal eine fliegen P53 scheiße der spaßt schon wieder wieder mit ner Jacke gut aber ja drunter scheißegal hilft ja nix jetzt kommt er schon wieder ah Gott ey wahrscheinlich werde ich gleich wieder den bomber verlieren ja komm komm hupulsku blöde kurvermatch bühdelei ja flugzeug zerstört ey was echt so einfach kurze runde mit dem bomber hier auf jeden fall wenn auch noch verlieren ich kann nicht mehr reingehen das war es gewesen wir haben verloren und ich bin fünfter fünfter durch eigentlich gar nichts was habe ich gemacht nicht mal aktiv zwei abgeschossen und 1,5 tonnen bombenlast aufgeknallt wo es gar nicht 1,5 tonnen sein können und wo das anders zählt und wie jetzt gucken was der pole hier hat keine ahnung wird soweit unten hier zwei kills und einer davon war ich in tnt ton 1,5 tnt ton das ist auch komisch wie auch immer danke fürs zuschauen das was es gewesen 25 j 1 das auch ein abo tut euch ja nicht weh und mir würde es helfen mir spaß noch beim zocken und bis demnächst ciao